Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack Opening. Ich hab mir gedacht, scheiße, hättest du mal die 20 Euro Karte hierfür eingesetzt. Ja, das ist so ein komischer Backgrad. Es gibt ein Jumbo-Seltenes-Spieler-Set, einzigartige Top-Spieler in einem Set, 24 Spieler, alle Gold, alle selten. Es gibt zwei Sets, ich hab mir 4600 FIFA Points geholt und ich würde sagen, das erste Pack machen wir. Ja, mit Nosepack wieder, ne? Okay, zack, 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 zack. Und Augen zu natürlich. Hä? Och Mann! Scheiß FIFA! Ja, komm. Es ist auch weg, so. Ja, ist mir klar. Ich wollte ja auch das hier. Okay, nochmal Nosepack. Wehe FIFA. Oh, 3, 2, 1. Augen zu! bitte 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 um da kam für was weg gehen der um pifa isst dein ernst Hatten wir schon gezogen. Den könnte ich gebrauchen, oder? Ne, ich mach mal ja am Bayern-Team, also brauche ich nicht wirklich. David Luiz brauche ich auch nicht, Salah auch nicht, Matip auch nicht, der hat eine 80er Bewertung, er auch. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, ne, habe ich schon, ja gut, den Rest stoße ich ab. Ähm, ja, dann, das ist ja 2015 vielleicht, hä? Müller. Müller, echt jetzt? Willst du mich verarschen, FIFA? Und dafür habe ich jetzt 40 Euro ausgegeben. Ramoth braucht kein Schwein. Hatten wir eben schon. Bonny. Brauche ich auch nicht. Dich vielleicht. Kann doch nicht wahr sein. Wo können wir sowas bringen? Nicht, du schon. Ja, Rest abstoßen. Ja, komm, hier ist es nicht mehr verfügbar. Ja, hab mir gedacht, vielleicht ist ja was Geiles drin, aber dann machen wir hier noch ein paar auf. Komm schon, bitte, Alava, allöse mich, allöse mich, allöse mich, allöse mich, allöse mich, allöse mich, allöse mich. Dem Belä, echt jetzt. Komm, ey. Typisch FIFA, ey. Ja. Ähm, das brauche ich nicht, auf die Transferliste. Können auch was bringen. Äh, und Rest abstoßen. Hallo. So. Ähm, ja, die 61.000 oder jetzt ein bisschen, die habe ich jetzt wegen, nee, warte, Noospag. Ähm, wegen Pogba bekommen. Der ist 45.000, äh, Münzenwert, hätte ich nicht gedacht. Oder 39, wie man es nimmt. Ähm, bitte, bitte, Noospag, 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 Noospag. Äh, äh, Charisma, kennt den irgendjemand? Spalch, den können dich gebrauchen. Ähm, dich brauche ich nicht. Wo? Oh, ja, das will ich. Ähm, ja, 2015, das letzte Pack. Ähm, da muss jetzt Messi und Alaba dabei sein. Messi, Alaba, Messi, Alaba. Äh, äh, ne. Äh, jetzt. Okay, warte, Noospag. Zack. 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 Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Taylor. Zum Schluss jetzt. Könnte was bringen. Naja, wahrscheinlich nicht. Alter, was war das jetzt schon wieder für ein Scheißpack zum Schluss, ey. Mann, ey. Scheiß FIFA, ey. Ja, komm. Eins können wir noch, aber von denen hier. Mann. Verdanke ich mich fürs Zuschauen. Bitte, 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 bitte. Wenn ich jetzt Messi da drin hab, ne. Nichts. Ja. Danke FIFA für diese tollen Packs. Hab mich wirklich gefreut. Ich dachte, um 100.000er Packs könnte ich mal vielleicht so viel Glück haben unsere Rieziehen, aber nein. Warum denn? Galatzer Spaßgen. Ach, scheiß drauf. Ja, komm. Danke fürs Zuschauen und ja. Bis zum nächsten Pack Opening. Tschüss. Und ja, noch schöne paar Wochen bis zum nächsten Pack Opening. Tschüss.